aber ich muss noch nicht ich sag mal so oder also ich habe ja gestern noch ein bisschen gespielt ich habe dann ausgemacht es ist noch sehr viel aber zumindest weiß ich wir brauchen beide sägen wer von der klerikerin besteht ja auch da hilft nur gegen geringe effekte hier gehen wir zum gebirgspass oder wie habe gesagt nicht spoilern ich würde sagen du sprichst einfach mal eben runter ja kann ich das auch nicht machen ja warum okay wenn mir jetzt war richtig gewesen aber gut hier ist noch ein weg ich weiß wege 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 oh gott was passiert oder oben lang gucken was da ist und eliges liegt hier hat eine möhre dabei der ringpanzer rüstung und ein buch auch wenn ich mal direkt scherner schermer mit dem alte leser hatte das auch lesen kannst und sonst war nix hier ist noch rottete stücke durinbold käse falls du das machen möchtest ist ja so eine leibspeise bei euch ne ne ochse ich komme ja ich auch nicht jetzt mit der wurst nein man kann doch hat eine salami als waffe man sieht sie nur irgendwie nicht in der hand ich habe dir das gesagt ich weiß ich habe das ausprobiert das geht aber nicht mit jeder muss eine bestimmte salami sein ja ich hatte zwei verschiedene im inventar es ging nur mit einer davon enttäuschend hast du ja schon alles abge... du hast ja alles abge... da ist doch noch ein weg ist da doch noch das ist ja der hauptweg ah ja hauptweg ist da doch noch hier nach oben nach oben dann nehmen wir den nach oben oder was ja weil ich nicht naja jetzt sind wir hier unten noch weitermachen oder naja jetzt sind wir hier also jetzt nochmal zurücklaufen gibt's nicht oh let's go eh ho hellzwerge 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 go die zwerge sind hier nicht was steht auf dem schild nicht betreten glaube ich ich glaube das gilt wahrscheinlich für die andere seite ein vogel ein flugzeug ja so heute war wieder tageslicht hier scheiße da unten hat es mir schon gefallen eine tafel da ist ein gegner mach du scheiße ich bin noch gar nicht da jungs naja war jetzt keine absicht ich dachte eigentlich so weit genug weg na klar ich bin mal wieder als letzter dran du bist ja auch jetzt da reingekommen ja und das hat auch nichts zu sagen ich weiß es gibt einen tank der gibt den vorteil auf die scheiße wo ist der ich für den hahn eine initiative vorteil ist er denn todeshirte ich habe jetzt todeshirte geredet und gelesen ein todeshirtenkäse ein käse ein käseprosident ein richtig krasser käseprosident ja krass ja finde ich auch war leider ein fehlenschlag ärgerlich an der stelle machst du halt nix ne mach nix mehr das kannst du töten na die sagen wir alle schön zu dir kommen ich mal ein feuerball rein ne mach mal nicht okay dann mach ich ein blitz rein doch hat so irgendwas was mich nicht umbringt ja theoretisch schon möchte ich aber nicht was soll ich töten komm da leider nicht ran toll enttäuschend ist leider alles zu weit weg weg ist unterbrochen deine mutter ist auch unterbrochen ey okay nicht halt hier hin diese zauber sind auch immer natürlich gut na das war ein krasser sprung ne ich komm ich komm ich komm die bewegungsreichweite macht nicht mit egal man ist feuerball gegen die beiden ja aber okay ich hätte den todeswirten gerne getroffen also mit mehr schaden also mit mehr schaden arsch geh weg der will nicht weg gehen muss das blöd jetzt wird doch nochmal impregnieren ja hat immer nur elf leben ich mach jetzt nicht mal jetzt weg du sau ja oder nicht krass ja krass erst mal schön selbst verbrennen wenn wir holt schon ärgerlich wir haben auch übertrieben viel leben ich möchte noch nicht schauen echt ungünstig würde ich sagen ein bisschen wir sind es nicht da dran was ach nicht ich muss den berühren natürlich der liegt oder greife ich den todeswirten an ist egal alles alles einfach irgendwas anwerfen wow noch mal schön einen so richtig schön nachgetreten nice bist du voller säure oder tarnst du dich ich kann nichts machen verbrechend das soll jetzt nicht euer scheiße ernst man muss kotzen scheiße ich kann nichts machen doch aber es war nicht gut doch war super ja das ist ja super aber keiner kann jetzt was machen was es ist ich kann das ist nicht was was ich bin du 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 ich würde mal diesen stinkenden ghoul neben mir kann ich nicht kann ich nicht meine ich hier mehr ja 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 Hm. Hm-hm. mich doch ein leben hat er noch du bist mir keine 62 der bespann okay warum muss sie dafür dahin rennen ich auch warum kannst du den feuerballen dinge macht die denn für eine scheiße das ist so dumm ich habe mir schon mal eingesetzt die solle scheiß messer werfen aber sie macht es nicht nur schubs leider sind mein zauber slot schon aufgebraucht ich glaube vom letzten kampf okay der muss jetzt nicht mehr kotzen ja belepert einfach alle wieder so ist der umgefallen kann nichts machen das machen weil die folge kotzt ist ja und ich habe halt keine immer nur eine aktion eine aktion und kann ich nicht einfach drei aktionen wäre so viel smarter stimmt ich würde es mir auch wünschen 21 leben ich kann die drei stück treffen das total dumm wird man nicht normalerweise aus der schase raus geworfen wenn man also das gelähmt ausgelähmt nicht durch den tod ist hinten angreifen was tut ein eulenbär er dreht sich das ist eine eulenbär taktik weil er hat sich selbst getötet ja wer hat er da oben noch 11 wie viel macht das es könnte ihn töten aber es kann doch sein dass es nicht tut natürlich nicht dann nimm das schmutzfink na gut dann nimm das doch nicht dann nimm das was wollen wir bevor wir weitermachen nur meine rast machen du weißt schon was wir kommen hätte ich gesagt nicht mehr wirklich nur wir haben halt auch keine kurze rast mehr und nicht mehr zauberst kann es nicht mehr zauberst ich kann nur noch normale zauberst der ritterrüstung hat er dabei ich weiß nur wenn wir jetzt den weg gehen richtung süden da kommen wir dahin wo wir woher kommst wenn du den um also von der ersten karte hinkommst ist ein schnellreise point ich habe mal einmal mitgenommen als du dich noch mal erbrechen muss ich kriegst du den krassen nut hier ist die brücke ohne ich bin ich zurück ach das ist die brücke ja optisch ein bisschen schöner hier der weg ja ein bisschen gut ich hört das mit optisch ein bisschen schöner auch schon wieder auf ich mache mir eine rast wird auch keiner reden geil aber vielleicht eines der tiere die sagen doch immer das gleiche oder oder hier kratzer bringt ja irgendwas ja guck und ein bisschen streiche noch tadellosen netzern dann habe ich gekriegt ich habe eulie gestreichelt okay hast mich überzeugt mit deiner wahl auch will will irgendwas auch will wills wissen was will er denn ich glaube klopapier ist alle das kommt weiter das kommt weiter die absolute kalt ist infekt Ach, stimmt. So und Will, ihr seid ja... Ein Herz und eine Seele. Ah. Ich habe das Ruiden-Menü übrigens, Schattenherz hat das auch. Welches Ruiden-Menü? Ne, du hast mit den Zauberwechseln. Ah. Ich glaube, das hat... Ja, kann das Kläriker das vielleicht auch haben. Die haben das auch. Es kann sogar sein, dass Zauberer das auch haben. Ich habe aber gar nicht genug Zauber dafür. Ach so. Wobei, nee. Du musst auch Zauber vorbereitet haben, ne? Ich weiß nicht, was das mit dem... Also, du hast oben eine Leiste, wo du die Zauber platzieren musst, oder? Ja, ja. Ja, okay. Nee, dann hat beim Zauberer das nicht. Aber Kläriker halt. Oh Gott, hier sind die Zivilisten. Ein Gold. Hier ist eine Goblin. Nimm da. Lass uns die Goblins töten. Obwohl. Das zählt schon als andere Region. Wait, komm her. Ich war hier, glaube ich, gar nicht drin. Kommen wir wieder in die... In das Goblin-Lager? Nee. Oder? Oh, das könnte in der Richtung sein. Oh, doch. Betrug! Wer ist denn hier? Ich weiß, wir leben schon mal noch welche. Och. Haben mich nicht alle getötet? Ich sag mal nein. Unerhört. Ach, komm Mann, ey. Es gibt Erfahrung. Das meine ich gar nicht. Aber was da ist einfach schlecht. Ja, manchmal ist er echt nicht so gerne. Wenn er trifft, dann riecht ich. Aber warum schlage ich jetzt nicht zu? War überhaupt keinen Sinn. Das sind vier eigentlich. Äh, wir sind kurz vor der Brücke zum Goblin-Lager. Oh. Ach, Mensch. Ich darf auch mal. Bisschen Overkill vielleicht. Einen haben wir gebraucht. 15 habe ich gemacht. So, nehm ich. 20 EP. Ist man böse? Du bist. Du bist einer von uns. Du bist auch einer von uns. Die Gegner sind rot markiert. 8 Schaden. Und 6. Mach mal hin. Und jetzt was zum Ausbuddeln. Ich muss noch was ausbuddeln. Jetzt in diesem Kampf. Nicht, aber gleich. schön 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 sehr enttäuschend mit dem zweiten trifft man besser die 60 erfahrung die die wenn hinten raus mal wichtig da ist noch ein kleiner ein kleiner klar was ist ein kleiner klar und noch ein problem das ist schön ja ist Vielen Dank.